liebe freunde moderner unterhaltung leider ereilte mich kürzlich ein befehl aus dem ehemaligen germanischen hochglanzgebieten oberösterreich und steiermark offenbar muss die 75. sendung nun doch etwas anders laufen denn es wird einen ganz besonderen starken gast geben er ließ es sich nicht nehmen extra für mein special zum thema liebeslieder noch mal aus dem jenseits zurückzukehren er ist ein mann vieler symbole und starker gesten es ist adolf hitler adolf hitler mit liebesliedern das ist ja gut und schön allerdings sollte es doch noch einen starken kontrast in die andere richtung geben hierfür versuche ich einen mann zu gewinnen der durch seine starken zitate auffällt wie kein anderer der ehemalige regierende bürgermeister von berlin klaus wobereit ich hoffe dass er zumindest mit seinem neuen musikalischen werk ich bin schwul und das ist gut so zur verfügung steht außerdem wird dieses special erstmals mehrsprach werden dafür sorgen die neuen projekte temelan moncosan in baguette und only a fuck weitere geplant titel sind unter anderem stefan im alten heim ich bin suspendiert kamela ich liebe dich und de queen is not amused gerne möchte ich mich bemühen dass wenigstens die restliche verbleibende sendezeit so gefühlvoll wie möglich wird es tut mir leid gegen einen befehl vom führer kann man wohl nichts machen ich wünsche trotzdem nach wie vor wie gewohnt viel spaß